Guten Abend, guten Morgen, guten Tag. Meine lieben Freunde, heute bekomme ich etwas oder ich darf Ihnen heute etwas präsentieren, was absolut neu ist in Deutschland. Ich habe hier ein neues Produkt von Narvanus, die sogenannte Cohiba White. Deswegen drehen wir heute in schwarz-weiß, damit diese Packung auch wesentlich besser zum Vorschein kommt. Ich habe hier ein Produkt von Cohiba, was seinesgleichen sucht und zwar ein leichtes Cerelo, was an sich normalerweise im Havanna Tabak sehr schwer zu entdecken ist. Aber man hat hier ein Produkt entwickelt, die hervorragend riecht wie eine Havanna Zigarre, aber schön weich ist auf der Zunge, schön leicht, wo man inzwischen den einzelnen Passagen, wenn man nicht so viel Zeit hat, eine kleine Zigarre genießen kann. Eine Zigarre, die seinesgleichen sucht. Die Cohiba White Mini. Aber ich habe auch, wenn Sie mal ein bisschen mehr Zeit haben, dieselbe als Club. Da ist die ganze etwas leichter gewickelt und noch leichter im Zug. Aber ihr könnt es leider nicht riechen. Ihr könnt es nur riechen, wenn ihr mal in den Laden reinkommt und euch mal die Nase da reinsteckt. Das ist an und für sich Kuba in seiner Form die schönen Frauen, die schöne Insel, die schöne Sonne und das ganze Lebensgefühl, was die Kubaner einfach mit in Europa gebracht haben. Ich sage Spitze. Da fällt mir nur ein, was ich noch zu sagen hätte, bevor ich mich von euch verabschiede. Das ist der Einstieg in eine große Welt der Havanna Zigarre. Und für jemanden, der bis dato noch nicht eine Zigarre probiert hat, ist es die Möglichkeit auch mal zur Pfeife ein Zigarillo für zwischendurch zu nehmen. Diese Club kostet in der 20er Packung 20 Euro und die Mini ist etwas günstiger. Die liegt bei 16,50 Euro. Ich kann euch nur sagen, Spitze. Auch für Damen zu empfehlen. Für Damen, die mal ein leichtes Zigarillo rauchen wollen. Dankeschön.